Nun, liebe Freunde, habe ich eine angenehme Aufgabe zu erfüllen. Ich darf euch nun die Leute vorstellen, unsere Prinzenpaare, die hier in Oelsnitz das Zepter, zumindest bis Aschermittwoch, fest in der Hand halten. Da hätten wir als Kinderprinzessin ihre Lieblichkeit, Prinzessin Sarah! Und an ihrer Seite regiert Kronprinz Michael! Gut, dieser Michael heißt Marcel, okay. Aber wir haben natürlich auch für das gesetzte Republikum eine entsprechende Regentschaft. Und ich darf euch nun präsentieren, ihre unendliche Lieblichkeit, Prinzessin Jana! Nebst seiner absoluten Tollität, Prinz Michael! Das stimmt jetzt! Also um das jetzt nochmal klarzustellen, Kronprinz Marcel und Prinz Michael, jetzt haben wir es auf die Reihe gekriegt. Und liebe Freunde, einer guten Tradition folgend wird nun unser Prinzenpaar für euch die Kussfreiheit eröffnen. Und ich hoffe doch ganz stark, dass ihr heftig mitküsst oder mitzählt. Und los geht's! Und eins und zwei und vier und fünf und sechs und sechs und sechs und sechs. Ja, liebe Freunde, damit erkläre ich die Kussfreiheit heute Abend für eröffnen. Das ist ja prima! Wer hätte das gedacht, was das für Freude macht, das ist ja prima! Das ist ja prima! Wer hätte das gedacht, was das für Freude macht, das ist ja prima! Das ist ja prima! Das ist ja prima! das ist ja prima! Wer hätte das gedacht, was das für Freude macht, das ist ja prima! Wollen davon entscheid'n, ein bisschen Fröhlichkeit, ein bisschen Seligkeit, braucht jede Mensch zum glücklich sein. Ein bisschen Fröhlichkeit, ein bisschen Seligkeit, braucht jede Mensch zum glücklich sein. Der schönste Platz ist immer an dem Titel, ja an dem Titel ist der schönste Platz. Ich steh so gerne laut an diesem schönen Ort, und keine Pferde zieh'n mich so schön am Ort. Johannetheke, Johannetheke, Johannetheke ist der allerschönste Platz.